So Leute, Dämmerung zu zweit. Es ist an. Leere entflammen, Solar entflammen und geerdet. Das heißt, wir springen nicht so viel, machen den Glitch mit der Schwammgranate und Golden Gun. Oh nein, passt das schon. Nicht springen, gell? Die machen leere Schaden. Das heißt, du bist wahrscheinlich instant tot, wenn du da springst. Ja, dann war ich sofort weg. Gott sei Dank hast du mich nicht getroffen, denn wir sind jetzt schon in der Arbeit. Das wäre geil. Ja, Lex ist doch ganz gut hier. 2000 Schaden bei Headshot. Ja genau, aber ich habe wie gesagt keine Vermeerwaffe, jetzt keine legendäre mit Solar oder Leere, also nehm ich halt mal die Wax. Oh, jetzt halt ein bisschen länger beim Entgegner oder ich wechsle dann. Nein, die können mehr Waffen eh nicht mehr. Soll ich noch mal... Pass auf, jetzt sieht man der Shotgun ey. Das ist ja krass. Auf die Distanz, zwei Schuss und ich war weg. Was ist denn da bitte los? Oh, meine Schwammgranate kriegt auch nicht mehr? Was machen wir jetzt? Ich habe einmal Golden Gang gewastet. Ah, da ist der Ober. Der macht leere Schaden, was aufgeht. Da ist immer noch einer am Leben, ich bin schon wieder fast tot. Man hätte hier auch unsichtbar durchlaufen können, aber irgendwie... Ich bin halt Frack ey. Ich mag mich zum Leben messen. Ich hab's hier nur gesagt. Sauber. Äh, ja, ich bin tot. Pass auf. Krass, wie schnell man hier stirbt. Na? Du kannst dich ja wahrscheinlich wieder überleben dann schon, oder? Ja. Okay. Ich mach dir dann auch noch was fern, falls du das mal wieder brauchst. Äh. Boah, krass. Noch nix. Oh, der lebt noch. Ist dein Ernst? Schöner Schuss. Die machen ja wohl Arcus, oder? Das dürfte ja nicht ganz so krass sein. Ne, ne, jetzt passt er dann nicht. Das macht er den Strike eigentlich ziemlich einfach, aber die Strapnel-Captains sind halt übel. Dieser scheiß Lord der Wölfe-Shotcam. Das ist eine Granate, komm. Jetzt musst du eigentlich gleich da sein. Was macht er eigentlich für'n Schaden? Der Farnix. Oh, oh Solard. Auch so laut. Ja, das ist wirklich schön. Das ist so nötig. Haha, das ist krass. Wenn ich jetzt nochmal drückt bin ich schon wieder tot. Ja, der hält schon ab. End schon. Die könnte man eigentlich hier schon killen, wenn man direkt Erlern drauf hat. Wenn er nicht immun werden würde. Wie ist das mit dem Spinnenpanzer? Der schießt doch normal Arcus und wenn er sich auflädt, dann ist das Solar, oder? Ist das nochmal? Der Spinnenpanzer, der schießt ja normal diesem Geschütz vorne drauf Arcus. Aber wenn er sich auflädt und dieses Monstergeschütz... Dann ist Solar, ja. Dann müssen wir da auf jeden Fall ausweichen. Ich hab nochmal Golden Guard jetzt. Die gleich mal die Gegner abfangen, wenn die rauskommen. Was kommen da jetzt noch? Kommt da noch was? Kommt da mal irgendwas? Oh fuck. Er hat nicht weg. Was macht meine Schlammgranate? Ah, jetzt läuft's weg. Nicht wiederbeleben, nicht wiederbeleben. Oh sorry, nicht funktioniert. Warte, komm gleich. Warte, komm gleich. Ich lasse meine Gier auf. Das ist der unsichtbare Geburt. Das ist ein bisschen blöd, wenn er da ins Loch reinschießt. Hab mich. Oh fuck, er hat mich. Ich geh gleich nach hinten. Es ist ja echt krass mit seinem Scheißgeschütz. Der schießt halt original da voll rein. Ich bleib mal hinten. Ich bleib mal hinten. Wirklich sinnvoll zu hier. Ich kann ja gleich nochmal Sphären machen. Glaub ich brauche einen Sniper. Der ist jetzt ganz hinten. Er schießt. Boah, das wird übel am Ende. Echt nur für Vergelauern und noch Synthese rein. So, ich mach's fair. Jetzt ist da wer da keiner. Fuck, daneben geschossen. Fuck. Stopp, daneben schauen. Ich hab's noch sehen. Man kann sagt. Ich hab gleich keinen Schuss mehr. Ich hab gern meinen Schuss jetzt aufgehoben. Nein, das ist doch keiner mehr, oder? Das war's. Naja. Ich hab jetzt noch eine schwere Munition bekommen. Das ist doch ganz schön anstrengend. Ich hätte es mir ein bisschen leichter vorgestellt, ehrlich gesagt. Da war Argus fast leichter. Okay, ich hab noch mal Sphären. So, auf rechts kommen Gegner. Ja. Ja, aber ich bin dann so schießt's auch schon. Ich mach mal den Captain da weg, weißt du was? Hab ich. Boah, das macht ja gar nichts. Äh. So, auf die Explodier-Scheiße, komm. Wie schwer war. Man geht ja nicht für Schaden, auch so da, oder? Ja. Unsichtbare Links bei mir. Boah. So. Well, wir sind da ja auch drauf. Boah. 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 Da konnte ich gar nicht mehr weg Ich geh mal kurz vor und mach mal einen Gurgen dann Nein! Nein! Wieso ging er zweimal daneben? Ah, der ist ja fast down Ja, kommen wir schon Ich trage den Hammer auf die Füße Ja, Solarenfernen, stimmt Na, verschwinden Jetzt musst du mal aufpassen, wenn er da in dem Gang steht Weil wenn er dich da einmal erwischt Das vergesse ich immer Gut, dass du es gesagt hast Na, guck mal Kannst ja auch nichts machen Ich muss ja auslösen, dass auf der kommt Blünderer noch Jetzt ist er weg Ja, Blünderer sag ich geächtet Oh Mann Das ist der letzte glaube ich Lass mich am besten wieder vorgehen und du bleibst hinten Löst dann aus Ja Oh, die wechsel ist ja schon ganz gut Ich geb ihm gleich schon von hier mit Kerla Boah, da steht er Das ist ganz alt so schmecken Okay, warte ich mach feststellen, dass du dich da wiederbeleben kannst Mach mal nichts Nein, wo ist er? Wo sind sie? Äh, ich sehe keinen Gegner mehr Nein Das war nix Wenn wir hier im Eingangsbereich Bleib hier Bleib noch hier, dass meine Super noch auflädt Wenn ich irgendjemanden Gegner sehen würde Könnt ich den nochmal was fern machen Der ist ja schon halb tot Wurde ich auch Unten rechts ist er normalerweise Unten rechts ist er normalerweise Schließ aber immer da ganz hinten rechts an die Wand Muss da irgendwo sein Okay, ich hab Draugengarn Warte mal, ich nehm mal himmlische Nachtfrage rein Nimm mal hier einen Schuss und dann ist er tot Wo ist er denn? Bist du nirgendwo? Okay Ich geh mal hinten rum Muss ich ihn jetzt haben eigentlich Alter, ich seh ihn gar nicht Da ist er Ne, das reicht nicht Ne Fuck, ich geh hier weg Fuck, ich steh zu mit einem Gegner drin Das Ganze rechts unten Das Ganze rechts unten Das ist mir nicht schwerer Oh, zweimal schwere Ich hab meinen super Ich hab meinen super Nein, wo ist er jetzt? Nein, ich bin jetzt sie Hab ihn Hab ihn Achso, du ja Ja, ich hab ihn sechs Sphären Ja, ich hab ihn sechs Sphären War meins Aber Ich glaub, du hast deutlich mehr Schaden beim gemacht Das ist nicht Ja, Gerl hat sich mit Fänger Ja, aber die Wechsel ist auch ganz gut Um die Schwebe halt wegzublocken und so Wenn die kommen Nicht so verkehrt dazu Einmal die Wechsel dabei zu haben Respekt Mal weg Schau mal, was wir bekommen Ich hoffe auf die Stiefel Donnerlot und Gelauern Krass Krass Oh mein Gott Das wäre halt das Mega-Loot Wenn ich nicht schon alles hätte Was Waffen angeht Ja, bei mir auch Donnerlot und Gelauern 14,21 zu zweit Echt Gute Zeit Passt schon Bis dahin Leute Ciao, ciao